Menschen, die kein höheres Ziel haben, denen passiert etwas fast schon Dramatisches, und zwar im eigenen Alltag. Hast du eins oder besser gefragt, welches ist dein eigenes, persönliches, höheres Ziel? Was ist ein höheres Ziel? Ein höheres Ziel ist eine Vision, wo wir unseren Fokus drauflegen. Etwas, das nicht eingegrenzt ist an Zeit und Raum, wo wir nicht sagen, ja, in zwei, fünf oder sieben Monaten oder in drei Jahren, sondern wir streben es einfach grundlegend an. Was strebst du grundlegend an? Was ist dein höheres Ziel? Was ist deine Vision? Wenn wir kein höheres Ziel haben, dann passiert uns etwas, das ist fast schon dramatisch im Alltag. Beobachte mal Menschen, die kein höheres Ziel haben, die nichts anstreben, die einfach so in den Tag, in ihr Leben hineinleben und keinen Fokus haben. Schau da mal ganz genau hin. Solche Menschen machen sehr oft, und oft passiert es uns auch selber, sehr oft macht man dann aus einer kleinen Mücke einen großen Elefanten. Aus unrelevanten Dingen macht man eine Riesengeschichte, weil unser Geist natürlich irgendeine Aufgabe, eine Beschäftigung braucht. Und somit stürzt er sich auf etwas, das er jetzt beleuchten, womit er sich beschäftigen kann. Haben wir allerdings ein höheres Ziel, dann geht unser Fokus in etwas, wo Energie kommt, wo Freude kommt, wo Begeisterung kommt, wo Impulse kommen für einen Schritt nach dem anderen und den nächsten Schritt. Und ja, es geht immer wieder zwei Schritte vor und einen Schritt wieder zurück. Aber das ist normal. Zusammengerechnet, es geht immer einen Schritt vor. Viel Spass damit, und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon. Piatti!